Dann müssen wir ja wohl... Wer kann denn da drauf schießen? Keiner oder wat? Mist, verdammter. Komm, ich mag dich. Geh du mal runter. Und hau was kaputt! Egal was! Wir sollten zumindest ein Cabrio daraus machen. Kaputt! Schön, dass du auf mich zielst, alter Mann. Okay. Dann nur der Mann mit dem Cowboyhut. Gut, 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 gut. Können wir hier hinter? Ja. Das da geht noch kaputt. Ja, zur Seite. Und dann gibt's noch Helme, hab ich gesehen. Helme! Weil Sicherheit geht vor, nicht wahr? So, und unsere Aufgabe ist jetzt... Wir müssen hier irgendwas machen. Aber ich hab vergessen was. Was müssen wir hier machen? Genau. Und... Hä? Okay, das ist das Dach, das muss auf das Auto drauf. Okay, das habe ich jetzt schon begriffen. Aber ansonsten habe ich jetzt nicht begriffen. Ähm. Äh. Hat jemand eine Idee? Ich glaube, ich kann nicht. Besonders schlimm, ich habe es ja schon mal gemacht. Ich habe es ja schon mal gemacht. Ich habe es ja schon mal gemacht. Aber das gab es ja nicht so weiter, oder? ich bin gerade ein bisschen dumm ich will irgendwas schieben ich hab's vergessen ich bin gerade ein bisschen ich sprühe gehackt auf der Warschau ja redet mal einer mit mir ich kann die Uhr nichts machen ja du du trinkst Kaffee du bist wichtig ne du ne du auch nicht ich glaube ich hab da jetzt ein Problem niemand kann so hoch springen weil wir haben keine Frau hier ich bleib am Gully hängen ist das dein Ernst ok wir gucken mal nochmal runter also da drüben unten wer soll denn da hochkommen hier irgendwas übersehen bitte ne mein Windows XP rastet aus sowas hab ich nicht äh ich stehe gerade völlig auf dem Schlauch hier noch irgendwas vergessen ne ne wir müssen da also es ist auf jeden Fall richtig wo wir waren ist auf jeden Fall richtig wo wir waren da hochkommen wir nicht wir müssen uns auf jeden Fall wieso er sagte ich muss wechseln aber wieso soll ich wechseln jetzt eh nix machst irgendwas muss ich hier machen aber ich weiß nicht was hier steht ich muss wechseln wird auf jeff wechseln hier auf den hier was kann der denn ich muss auf den hier aber was mache ich hier ja die plattform hochfahren aber wie denn ich sehe nix was auf die plattform drauf ballern oder wohin da schießt nicht die kann die kann nur einer zusammenbauen der ist nicht da die kann ich nicht zusammenbauen jetzt brauche ich den mann mit dem hut ich glaube ich müsste wahrscheinlich irgendwas noch schieben halt moment ne bitte sagen wir nicht dass das dein ernst ist reden wir nicht drüber denn Okay. Warte, ich bin das mal einfach doof und siezlich. Willkommen beim Bausimulator 2017. Geht der nicht schneller? Haben wir jetzt echt lange gebraucht dafür. Schweiß und... Wow. Der fette Kerl schwitzt. Wir nennen mich jetzt um. Wir müssen ja mit der Zeit gehen. Ich denke... Da ist... Ich denke da so an... Tarouis TV LP 360 No Scope Red 4K 120 FPS. Ist doch ein cooler Name. Ist das 4K nicht ein bisschen übertrieben? Wo ist denn der scheiß Hundekampf? Was? Der Hundekampf wird ja nicht übertragen. Oh, ich sehe gerade, der Bot hat sich ja verabschiedet. Warum ist denn der Bot nicht da? Ich habe in Dr. Hardings Telefon einen Fallsender eingebaut. Wir müssten also ein Signal empfangen. Checkpoint! Schraubenschlüsse auf dem Rücken, aber Fotos machen. So wie Mango. Okay. Gibt es schon Punkte? Ja. Immer noch. Junge, hau ab! Lass mich zufrieden. Entschuldigung, mal falsche Taste. Ein bisschen noch ein paar Bits einsammeln, Freunde. Sammelt mal ein bisschen Bits mit ein. Wir haben keine Frau dabei, ne? Scheiße. Keine Frau, die in der Scheiße abtaucht. Okay. Ja. Dann machen wir das. Was? Das steht doch, dass ich das machen soll. Ne, ich muss wechseln. Was? Hast du grad gewunken? Musst du das machen? Tatsächlich. Chaka! Okay. Nein! Geh weg! Okay, das ist zu dunkel. Da traut sich keine Sauereien, weil keiner hat ne Taschenlampe. Warte mal. Jeff Goldblum? Du hast doch ne Dings. Ja, genau. Kannst du nicht zuschlagen, wenn du? Okay, machen wir alles kaputt hier. Aber wir sind nicht auf der Suche nach der Frau, die in die Kacke springt. Ach! Natürlich, wir haben einen Ambos da oben auf den Baum gesetzt. Damit die anderen einfach hoch springen können. Ist ja schon irgendwie logisch. Ich vermute mal, hier müssen sich zwei Leute dranhängen. So kann ich sagen. Und die KI ist zu blöd dafür. Oh, 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 oh. Äh. Wie komm ich denn an den ran, verdammt? Ich gitt Brokkoli. Das ist ja ekelhaft. Brokkoli. Gut, ich sehe, ich hab den Fall schon hochgeschickt. Nee, hab ich nicht. Ich nehme den nochmal zurück, ob ich den blauen jetzt kriege. So, er hat gesagt, da kommt was Großes. Ich bin da aber gar nicht im Spiel drin. Bin wie Batman, ich kann auf mehrere Dinge gleichzeitig schießen. Okay, das sah gut aus. Warten mal. Na, wo, was, wie viel kommen denn noch raus? Ich fürchte, was, die kommen unendlich raus, oder? Wir müssen halt nur schnell irgendwas zusammenbauen. Ach!